Hey, was ist das denn? Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Golem Cages und 3 Golems. Warte, was? Ne, das sind mehr. Digga, die haben 1, 2, 3, 4 Golems geklaut. Okay, das müssen wir ändern. Wir befreien alle Golems. Aber ich habe eigentlich noch nie so viele Golems hier gesehen. So, hallo, mach was! Let's go!